Hallihallo Hallöchen! Willkommen wieder zurück bei Let's Play Pokémon Together! Yay! Hier euer Razor! Mit Izuna! Hey, hey! Du! Huf nach Aufmerksamkeit und ich geb sie dir. Aufmerksamkeit! Aufmerksamkeit! Hier dir Aufmerksamkeit geb. Juhu! Das erste was ich mache ist nicht ins Pokémon Center gehen. Echt nicht? Ne. Das ist das Grätzelhaus im Übrigen, ne? Achso, ja da kannst du ja mal reingehen. Vielleicht gibt's da was Feines. Das gute 103 mag ich nicht. Das ist ne alte Omi. Hi! Hi! Die alte Omi kannst du ja sprechen. Gut. Super gemacht. Ach, nö. Ach, nö. Ich weiß ja was gleich hier bevorsteht. Nein! Pokémon, Pokémon! Nein! Na ja, gut. Nein! Nein! Doch! Nein! Das Vieh ist lustig. Du weißt... Also als Gegner zu haben ist ein bisschen scheiße, aber... Du weißt eins noch nicht. Äh, ist so! Und wohin genau? Sind... Die Feinde jeder Lashlock-Challenge. Echt, wieso? Abgangsspund! Konter! Dann geb ich dir nen guten Rat, flüchte oder fang es! Suchst du dir aus? Ich kann nicht. Du hast lieber... Als Shadow Tag. Das heißt... Du kannst dich flü... Das... Ja, dann... Töte es oder fang es! Suchst du aus! Was für ein Typ ist denn das? Boah, ich habe null Ahnung. Gestein, also... Auf jeden Fall ist es Gestein. Elektroattacken haben keine Wirkung, das weiß ich. Äh... Ansonsten... Gib mir einen Moment. Dann kann ich es dir sagen. Pokedeck! Anmach Zugabe! Na immerhin! Warte mal! Versuch's doch zu fangen! Hab ich mir grad so gedacht. Ich mein... Pokébälle haben wir wieder? Ohhhh! Ohhhh! Ich setze Scham ein. Es scheint noch nichts... Keine Attacke in der Richtung zu tun... Zu haben. Wird das Vieh mit Doppel-S geschrieben? Jep! Glaub schon! Ah! Gefunden! Und? So schnell ist mein Netbook nicht. Na sorry! Deswegen du warst gleich... Ich lag nebenbei noch Harz hoch, also... Echt? Ja! Und dann kann man ordentlich mit dir reden? Ja natürlich, weil sie übers Netbook läuft. Ah! Ach du... Mein... Mein Hauptrechner ist in der Leitung priorisiert... Ah du hast es gefangen! Mein... Ist in der Leitung priorisiert, also... Da interessiert das nicht. Auf Level 15 wird es jedenfalls zu wohin, genau! Lost to each beat... Es ist kacke zu spielen, glaube ich, aber... Ähm... Und vor allem Abgangspunkt ist nicht so die tolle Attacke... Abgangspunkt lernt er erst auf Level 15! Aber da bringt er sich ja selbst... Da bringt er sich glaube ich auch selbst um, oder? Ah, das weiß ich jetzt gerade gar nicht... Hm... Ich will gleich sagen... Äh... Wo sehe ich denn die Eigenschaften von dem Viech? Nicht doof! Es ist Psycho! Abgangspunkt! Destinybound! Das ist ein geisterhafter physischer Angriff... Äh... Wenn das... Nein, wenn das Pokémon, welches diese Attacke einsetzt, besiegt wird... Wird auch der Angreifer besiegt... Okay... Also nur wenn das Viech dann gekillt ist... Ist auch der Gegner dann gekillt... In Ordnung... Also die absolute Todessituation... Wenigstens ein gekonnten Suizidabgang dann... Okay, dann passt ja der Name Todesser... Oh... Stahl-Pokémon... Ui, war... War Stahl nicht Feuer sehr? Ja... Kampf war glaube ich schlecht, oder? Ich weiß es jetzt gerade nicht... Setz einfach mal ein... Nein! Was? Würde ich jetzt nicht so sehen! Super effective! Ich ehrlich gesagt auch nicht... Elektro-Pokémon, ne? Mhhh... Welches Karma jetzt? Fritzl-Pritz ist es glaube ich... Fritzl-Pritz ist ein Elektro-Pokémon, ja... Kann ich mit leben? Ja... Jupp, das ist Fritzl-Pritz... Der hat bestimmt Statik... Das kann sein... Also... Möglichst Distanzangriffe... Doppelkick... Ja... Toll... Oder so... Ja... Level 14... Hab ja recht 14... Jaaa... Weißt du was ich für ein Problem haben könnte? Das wäre... Stopp... Okay, da ist nichts... Das ist auch nichts... Das ist auch nichts... Da ist auch nichts... Da oben kommt jemand... Ich weiß... Das ist ein Arsch... Ne... Hey... 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 Ich weiß nicht mal welches Level der hat... Sein Pokémon... Relativ hohes glaube ich... Keine Ahnung... Ich weiß gar nicht... Ich hab ein bisschen Respekt habe ich vor ihm... Wir werden's gleich sehen... Er hat ein Lampre... Bobby... 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 The Return of Bob... Haha... Okay... Schwirft ich das nicht gern schauen? Ja... Wie viel zieht eigentlich Poison? Ich weiß... Es ist nicht äh... Es ist nicht gerade äh... Stark... Aber... Es ist sehr effektiv deswegen... Okay... Dann kann ich verbleiben... Däh... Marschton... Was ist denn das? Die Weiterentwicklung von dem Vieh, was der Arenaleiter hatte... Glaube ich... Kampf Pokémon... Sicher? Ja... Ich glaub schon... Sehr sicher... Ne warte 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 warte... Das ist das... Ach... Das ist ähm... Das... Das Wasserviech... Echt? Ja... Das sollte das Wasserviech sein... Shapi... Stirb mir nicht... Oh... Wie süß... Aber es sollte das Wasserviech sein... Ja... Ich hoffe du gehst nicht direkt drauf... Matschot... Ja... Okay... Oh... Lehmenschoß... Es ist direkt drauf gegangen... War ne schöne Zeit mit dir... Nimm wenigstens den EP-Teiler von dem Vieh noch runter... Hab ich vor... Ja... Alles gut... Hahaha... Das ist ein Brot... Also... Ich möchte jetzt mal dazu sagen... Du klopst die ein Pokémon am nächsten Weg... Ich hab jetzt nicht damit gerechnet... Wow... Was war das so viel? Ich weiß nicht... Es ist... Huuu... Alter... Tu was... Ich wechsle mal eben mein Pokémon... Darf ich dir erlauben eins meiner Viecher zu benutzen? Ich mach das schon... Keine Sorge... Tust du das? Keine Sorge... Siehst du... Hätte direkt auf Blasi gehen sollen... Ich war mir unsicher... Ich hab aber nicht mehr an Lehmschäler gedacht... Verletz dich! Ausflug... Ah, die Death von... äh... Blasi ist eigentlich auch nicht schlecht, ne? Ne... Ist gut aus... Oh... Ja... Ist klar... Snapped out of confusion... Ja komm... Kill ihn... Das erste ist das zweite... Eins kommt noch... Jupp... Schlag mal... Ja... Ich bleib erstmal hierbei... Ähm... Gut... Machst eh noch Gena... Spannender Kampf... Die Spannung steigt! Alter... Scheißegal... Du gehst jetzt... Huch du scheiß Vieh... So... Gott behalten... Yeah... Und fast alle seine Monster haben überlebt! Ich... Desto mehr freue ich mich, wenn es bald hier was drauf geht... Ich komme hier voll wieder... So lange ich nicht mein Chaptors ist... Ich komme hier voll wieder Pokémon... So lange ich nicht mein Chaptors ist... Ich komme hier voll wieder Pokémon-Loop rüber... Ja... Itemfinder bekommen... Und der Arsch wird mit Fahrrad weg... Ich hab Stecher vorne, ne? Ich glaube ja... Ich hab Angst auf den Ischo zu treffen... Weg! Geht alle weg! Also... Wie viel hast du denn noch? Was? Zeit? Äh... Noch... Vier Minuten gleich, also... Ach, dann... Ja... Ein Kanimani ist gerade gestorben... Ich bin froh, dass es ein DS-Spiel ist... Ja... Pokémon... Die... Alten... Kling... So... Komm... Wer ist denn mit... Was das sei, dass du, wenn man nicht so die Attacken kennt von den Pokémon... Und mit Lemschäle habe ich jetzt nicht gerechnet... Jetzt weißt du's! Das ist genauso wie, ähm... Ja... Weil bei da... Du warst kurz davor, ein wunderbares Wati zu werden... Und so... Ja... Stimmt... Naja... So... Da wir ja schon ein Psycho-Pokémon... Hast den EP-Teiler von ihm runtergenommen... Ja... Weil wir einen Psycho-Pokémon-Typ haben... Und noch einen Psycho-Pokémon-Typ... Und noch einen... Ich frage, weil ich... Was nehm ich mit... Mach doch mal ne Box für tote Pokémon fertig... Mach ich denn auch springen, du... Weil ich weiß ja schon... Wäre nicht verkehrt... Und da ist... Dein Blitzer ist bei mir... Ja, dann schieb's rüber... Kann ich das? Ja... Ne, jetzt hast du's mitgenommen... Nein... Ja, dann leg's wieder rein... Oder? Geh doch einfach auf Bewege Pokémon... Ja, warte... Ich mach hier... Ich will den Part noch nutzen... Ist ja halb so wie du weißt... Ja, ähm... Ja, ich sag mal... Das Blitzer kann man jetzt... Notfalls auch Offscreen verschieben... Im schlimmsten Fall... Hm... Geht ja nur im Boxwechsel... Ne, es ist Watts dabei... Oh, ich weiß ja... Was ich dann mit dem Part wieder zu tun habe... Level mein Pokémon... Jupp... Ups... Ähm... Summary... Wenn es danach nicht wieder gleich verrecken lässt... Psycho... Wenn es zu Force to Escape... Ist eigentlich ganz günstig ab und an... Ähm... Attacken... Splash... Hätte jetzt keine Super... Oh... Für Super Attacken... Ich bin mal so... Ich nehm's mit... Obwohl ich denke nicht, dass es großartig zum Einsatz kommen wird... Aber es ist... Es hat einen passenden Namen... Na dann... Und... Ich nutze die Gelegenheit noch, um einen Kampf zu machen... Tust du das? Tust du das? Wenn ihr die damit jetzt sich selber ans Knie schießt und verreckst? Ich und verrecken... Das ist... Was auch meine Pokémon... Auch wie auch... Ja natürlich... Tust du das? Ich wollte dir das hier ersparen... Ach so... Du dachtest, sie stellen mich wieder zu blöd an, ja? Das nicht, nein, aber... Das ist halt einfach so ne Sache, ne? Hier bei den beiden... Das sind halt einfach so immer Pokémon... Total... Da kann man schon bei sterben... Kann man das? Ja... Na wenn du das sagst... Vor allem, wenn die ständig die helfende Hand machen... Für die anderen... Ich finde die Kaida ja so genial... Die machen das ja eigentlich nur... Ja, war? Ach ne... Ja, Level 23... Nein, ist so... Ja... Das ist so... Das ist so... Ja... Genau, das ist so... Genau, das ist so... Ja, und die wollen auch bei uns sein... Safe natürlich... Und dann... Safe natürlich... Und dann würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal... Genau, bis zum nächsten Mal... Ciao! Ciao!